Das Kugelflex-Haltesystem ist ein universelles Befestigungssystem für Kameras, Smartphones, Tablets und Navigationsgeräte am ATV, Quad und Side-by-Side. Die Möglichkeiten der Anbringung scheinen unerschöpflich. Es ist völlig egal, ob man mit Schrauben, Klemmverbinder oder einer Kugelanbindung hantiert. Hergestellt wird Kugelflex in Deutschland und zwar bei Raul Fahrzeugtechnik mit Sitz in Wadernun-Kirchen. Einfach befestigen und es hält, lautet das Motto bei Raul Fahrzeugtechnik. Alle Teile werden aus hochfestem Aluminium CNC gefertigt. Der Hersteller gibt fünf Jahre Garantie. Durch die Kugel, funktioniert die Einstellung schnell und stufenlos in jede Richtung. Bei Erschütterungen fängt das Kugelflex-Haltesystem die Vibrationen ab. Ab einem Verkaufspreis von 69 Euro kann man ein Kugelflex-Haltesystem im gut sortierten Fachhandel ebenso erstehen wie im Online-Shop von Raul Fahrzeugtechnik. Fachhandel, die Vibrationen ab. Untertitelung des ZDF, 2020